Herzlich willkommen zurück, liebe Leute in Kastilien. Ich bin euer Tastenhauer und wir sind zurück in EU4 mit Philippe I., der sich inzwischen als grausamer und strenger Herrscher herauskristallisiert hat, was hier wirklich problematisch ist, denn die Bauern in Soria wollen eine Petition voranbringen für eine Entschädigung, aber wir halten sie geschickt mit einer Taktik hin, um unsere Truppen in Stellung zu bringen. Und die bäuerlichen Regimenter direkt niederzuschlagen, das entspricht auch ganz unserem Charakter. Streng und grausam herrschen wir hier über unser Land und lassen hier keine Revolte durchkommen. Dementsprechend warten wir jetzt bis zum 18. August, da kommen unsere Truppen in Soria an. So, Aachen, das ist schön. So, und jetzt sind die Truppen angekommen und wir können mit unserem guten Nahkampfgeneral direkt die Petition zurückweisen. Die Bauern erheben sich mit schwacher Moral und keinem Anführer werden sie hier direkt vernichtet. Da gibt es überhaupt keine Probleme. Und damit haben wir hier in Soria auf lange Sicht auf jeden Fall Ruhe. So, dann können wir jetzt die Truppen mal hier nach Rioja bringen. So, wir haben hier oben übrigens zwei Barks noch fertig. Die können natürlich auch in Sevilla dir den Handel beschützen. So, dann werden die sich nämlich mit dieser Flotte hier vereinen von den drei Barks da oben. So, dann unser Entdecker ist hier noch unterwegs, erkundet das Riff der Seemannsgeschichten hier. Und hier unten sind wir bereits am Kolonisieren und haben eine Chance von 12,8 pro Monat, dass Siedler angeworben werden. Ah ja, okay. Sehr schön. Da wird also richtig fleißig die Kolonie begründet hier unten. Das ist ja richtig schön. Hier oben ist übrigens schon eine ausgebaute Kolonie von Madeira. Und hier oben sind auch schon die Azoren von Portugal besiegelt. Also die waren echt schon fleißig. Da müssen wir wirklich auf Dauer gucken, dass wir entsprechend hier Portugal noch die Gebiete hier unten in Nordafrika abknüpfen und ihnen wirklich hier einiges an Schaden auf Dauer zufügen. So, er ist jetzt nach Asturias unterwegs. Granada hat immer noch leichte Unruhe. Allerdings gibt es hier aktuell keine neuen. Achso, die sind jetzt alle Teil der Fraticellen? Tatsächlich, Granada. So, Asturias ist hier aufgrund von der Armee dort. Okay. Wie viel werden die denn hier verringert? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Toleranz. Legitimität. Aber die Einheiten verringern ja gar nichts hier angeblich. Ist das denn hier so richtig? Hm. Wenn wir jetzt hier rausgehen, nach Granada ziehen, ändert sich dann was in Rioja? Das wollen wir mal nachschauen. Das wäre ja ein Drama. Übrigens, hier haben wir gerade auch ganz, ganz schlechte Werte, weil unsere Armee durch die Aufstockung so viel kostet und gleichzeitig auch unsere Kolonie minus 2 abzieht. Das ist natürlich der Unterhalt dieser Kolonie. Ist natürlich extrem teuer. Das war mir auch nicht so bewusst. Tatsächlich, Unruhe in Rioja ist tatsächlich bei 0%. Das heißt, wir können hier die 80% wirklich relativ gering halten. Auf Dauer. Das ist schön. Auf einem Minimum sozusagen halten. Mal gucken. Hier ist immer noch 2,7, aber es müsste sich eigentlich gleich ändern, oder? Hm. General Nuno de Guzman ist tot. Hat uns treu und gut gedient. Ja. Nuno de Guzman. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier auf Dauer irgendwie einen neuen General ausheben. Wir können noch einen weiteren... 3 und 8. Dem Herrscher könnten wir auch militärische Befehlsgewalt geben. Ja, zwischen 3 und 9. Das ist auch eine gute Idee. Das kostet uns nämlich keine Punkte. Und es würde auch rollenspielerisch hier, finde ich, Sinn ergeben. Denn Philippe I. Ist ja nun mal streng und grausam. Und ich glaube, der hält sich, auch wenn er nicht ganz so geschickt ist im Militär, hält er sich für einen guten Militäranführer. Wir werden also als nächstes hier tatsächlich unseren Herrscher die militärische Befehlsgewalt geben. So. Wir könnten in Gefahr geraten. Das ist aber, finde ich, gar nicht so schlimm. Denn unser Anwärter ist schon 9 Jahre alt. Und der wird ja sogar noch besser sein als wir. Der ist noch fähiger. Der lohnt sich, glaube ich, das Risiko schon, dass wir dadurch in Kauf nehmen. Allerdings, naja, naja, also ein toller General ist es nicht geworden, leider. Da überschätzt sich Philippe vielleicht ein bisschen. Aber das ist ja durchaus in Ordnung. Das ist ja wirklich gar nicht so schlimm. So. Dann können wir mal schauen, was wir mit den beiden Diplomaten hier noch machen. Die Beziehung hier hat sich schon auf plus 200 verbessert. Besser wird es in Neapel sowieso nicht mehr. Also können wir da die Beziehungsverbesserung auch mal stoppen. Und uns jetzt mal angucken, wen wir denn überhaupt noch reinnehmen könnten. Wir könnten natürlich schon mal in Richtung Frankreich eine Beleidigung schicken. Warum eigentlich nicht? Machen wir das doch mal, damit Frankreich gleich weiß, womit sie es zu tun haben. Und ich glaube auch, Portugal können wir schon mal beleidigen. Wir erhalten nämlich fünf Machtprojektionen, weil das unser Rivale ist. Und die plus 50 geben uns auch einen weiteren Punkt. Das ist auch sehr gut. Das ist ein schöner Synergieeffekt. Haben wir das auch gemacht. Sehr gut. So, jetzt können wir natürlich langfristig schauen. Also auch Aragon geht hier den Hardcore-Weg, was den katholischen Glauben quasi angeht. Sehr interessant. Österreich ist hier unterwegs. Wir haben hier die Provinzen dort. Ja genau, auf Dauer möchte ich, das hatte ich glaube ich letzte Folge nur so angerissen, eigentlich diese Festung hier loswerden und eine andere Festung bauen. Allerdings ist das momentan ziemlich schwierig wegen unseren... Wegen unseren 0,1% nur noch. Oh, wenn wir Glück haben, ist das hier gleich sogar vorbei. Freundliche Truppe, minus 4, irgendwas. Ja, 0,0. Sehr schön. Die Rebellen gehen weg. Das ist richtig gut. Die werden sich jetzt auf 0 verringern. Das heißt, wir können... Können wir? Nein, wir müssen noch warten, bis das wirklich bei 0 ist. Weil sonst würde das wieder ansteigen. Das warten wir jetzt noch. Und wenn das weg ist, dann haben wir es. Dann können wir endlich unsere Armee wieder runtersetzen mit der Unterhaltsgeschichte. Bodendiebstahl. Viele Bodenschenkungen sind ziemlich alt. Und obwohl sie stets schriftlich fixiert werden, können sich Landschaften und Namen seit der Niederschrift einer Schenkung durchaus verändern. Kürzlich hat der Klerus mehrere Mitglieder des Adels ohne Umschweife des Bodendiebstahls bezichtigt, indem sie sich auf Besitztümern einmischten, die vor langer Zeit dem Klerus geschenkt worden waren. Der Adel behauptet andererseits, der Klerus sei es, der sich Besitztümer, die ihm gar nicht gehören, unter den Nagel reißen will. Die Seite, mit der wir gemeinsame Sache machen, wird zum größten Grundbesitzer der Region werden. Das ist jetzt interessant, denn die haben hier beide ähnlich viel Landbesitz und auch ähnlich viel Einfluss. Wenn wir uns mit dem Klerus gemeinstellen, dann wird Granada unter den Einfluss des Klerus fallen. Moment mal. Granada ist eine sehr gut entwickelte Region mit 0% Autonomie. Nein, das kriegt niemand. Keine Seite wird bevorzugt. Wir gehen das Risiko ein, die Stände beide vor den Kopf zu stoßen, denn wir werden auf keinen Fall Granada aufgeben. Der Klerus ist jetzt natürlich illoyal. Das heißt, die Steuereinnahmen sinken. Das ist doppelt kacke, aber das können wir nicht ändern. Haben wir eine Möglichkeit hier, Loyalität zu geben? Ne, das ist zu viel. Großzügige Spende, das können wir uns auch nicht leisten. Wir könnten dem Klerus Einfluss und Loyalität geben gegen Prestige und Legitimität. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden die Hilfe des Klerus ersuchen, quasi hintenrum uns wieder ein bisschen verbessern. Ach, und jetzt ist in Asturias wieder 0,2%. Warum das? Wegen religiöser Einheit oder woher ist das jetzt passiert? Zentralisierung erhöht. Ne, das ist auch was anderes. Keine Ahnung, wie das jetzt kommt. So, Toleranz, freundliche Truppen 3,5. Wir sind jetzt bei minus 1. Wie viele Truppen können wir abspalten? Wir gucken mal, dass wir hier drei Reiter abspalten und gucken mal, ob das hier dann zu einer Veränderung führt. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen experimentieren. Das ist aber durchaus wichtig. So, 0,0 minus 0,9. Wie ist denn das überhaupt? Reichweite, Unterhalt, Moral, 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 Blablabla ist mir egal. Ich will eigentlich wissen, wie viel Unterdrückungswert die haben oder ist das kein Ding hier? Unterdrücken die überhaupt irgendwas hier? Offensichtlich überhaupt nicht. Die können wir komplett rausnehmen anscheinend. Da die gar nichts unterdrücken oder wie sehe ich das? Wir gucken gleich mal. Aktuell minus 3,5 immer noch. Das scheint also überhaupt keinen Unterschied zu machen. Dann müssen wir hier auch mal gerade gucken. Hier haben wir nur zwei. Das müssen wir eh mal umstrukturieren. Dann werden wir die mal alle hier nach Toledo schicken. Verzeihung. So, dann gucken wir mal, ob sich hier was getan hat. Okay, tatsächlich. Oh doch, das wird aber erst pro Monat. Ach, das ist ja blöd, dass sich das immer monatlich aktualisiert. Scheinbar sind sogar die Reitereinheiten die am stärksten beeinflussende Kraft, wenn ich das richtig sehe. Und nicht die Soldaten. 0,7 und 0,2. Schauen wir mal. Wir bringen die erstmal zusammen. Und dann werden wir die gleich neu aufteilen, dass das möglichst bei beiden auf 0 führt. Dass wir den Rebellenaufstand hier niederschlagen können, ohne ihn wirklich auskämpfen zu müssen. Mal gucken, ob uns das gelingt. So, ein neuer Monat. 9K haben wir jetzt hier stehen. 9.000 Chevauchees. So. Granada 0,7. Na gut, die Legitimität haben wir jetzt auch ein bisschen verloren. Das wird wahrscheinlich die Ursache gewesen sein. Die Legitimität, die wir verloren haben. Und auch in Asturias. Beides 0,7. Ja, und 9K. Da können wir jetzt nur 4 und 5 aufteilen. Schicken wir mal 4 nach Granada, weil wir dort die Festung haben und 5 nach Asturias. Wir haben aktuell auch. Ah, wir können aber noch Einheiten bauen. Oh ja, sehr schön. Sehr gut. Moment, wie viel haben wir hier? 15K, 7K. Jetzt muss ich gerade mal ein bisschen rechnen, spontan. 22.000 Infanterie und 9.000 Kavallerie. Wir dürfen, glaube ich, ein Verhältnis von 50% haben. Also 2 Kavalleristen sind auf jeden Fall drin. Die werden wir jetzt direkt mal ausheben. In Toledo und in Madrid. Dass wir da erstmal ein bisschen was kriegen. Ja, es kostet alles Geld. Und ja, das ist nicht schön, aber wir können es nicht ändern. Wir müssen es tun. So, das Riff wurde erkundet. Wir wissen jetzt also schon... Ah, guckt mal hier. Da ist schon Landmasse in Sicht. Gar nicht mal weit. Wir erkunden diesmal aber den Nordatlantik. Und dann schauen wir mal, wo wir weitermachen können. Sehr gut. Nächste Erkundungsmission. Wie sieht es hier unten bei der Kolonie aus? Wir haben... Ja, immer noch Anstieg 20 pro Jahr. Immer noch nur 49 Siedler. Und der Kolonist hat immer noch so eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit. Also es wird uns sehr viel Geld lange Zeit kosten hier. Das ist schon klar. Ja. Und auch die Festungen kosten unglaublich viel. Allerdings will ich jetzt Granada noch nicht aufgeben, solange wir hier noch ein bisschen was übrig haben. Da müssen wir uns einen Ticken noch gedulden. Damit wir einen Ticken Zeit, damit wir hier in Granada auf Null kommen. Und dann können wir uns das immer noch überlegen. So, hoffentlich kommen die vor dem Monat an. Natürlich nicht vor dem Monatsende, damit wir noch einen Monat warten können. Weil das hier nicht aktualisiert wird. Oh, Spiel, ey. Also das könnten sie wirklich mal... Das ist wahrscheinlich irgendwie hardcoded oder so. Aber das ist echt ärgerlich, dass man das nicht früher sehen kann jetzt hier. Weil das irgendwie so eine Rechnerei immer ist. Und dann muss man einen Monat noch warten. Und es ist alles nicht so schön, liebe Leute. So, Null, Null in Granada. Und Null, Null in... Ja, wunderbar. In Asturias. Das heißt, die gehen jetzt runter. Und das werden wir abwarten. Dann können wir die Festung in Granada endlich mal stilllegen. Und die Festung in Navarra, warum ist die denn nicht stillgelegt? Die brauchen wir doch aktuell gar nicht. Nein. Die lassen wir so. Ach, weil wir die gebaut hatten, oder? Ja, genau, richtig. Die hatten wir gebaut. Tatsache. Aber die will ich wirklich, solange wir nicht irgendwie kurz vorm Krieg stehen mit Frankreich... So, Erkundung ist schon beendet. Das ging schnell. Gut, Nordatlantik. Oh, und hier oben ist schon die erste Landmasse. Also der Atlantik bei uns ist relativ schmal. Interessant. So, Erkunden. Weltumseedlung, Technologiestufe 9. Ach so, Versorgungsschiffreichweite. Ah, da kommen wir aktuell also nicht hin. Wartet mal. Wo sind meine Ideen? Ja, unsere Kolonialreichweite müssen wir, glaube ich, erhöhen, ne? Das war... Wo steht denn das drin? Hier. 160. Das ist aber für die Kolonialisierung nur wichtig, ne? Wie sieht denn das jetzt bei der Erforschung mit dem Entdecker hier aus? Woran wird das denn festgemacht? Wie weit der entdecken kann? Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt nichts mehr erkunden kann hier. Könnt daher alles erkunden. Ja. Wenn du glaubst, dass das alles war. Das ist ja unglaublich traurig hier. Ja, ein Entdecker und ein Befehl habt. Ah, doch, wir können hier, ähm, die Küstenregion erkunden. Allerdings nicht allzu lange, weil wir, glaube ich, hier dann Schlamürbung erhalten, ne? Da müssen wir gleich mal aufpassen, was mit der Flotte passiert. Vorher muss ich gucken, wie weit ich in der Folge bin, minütlich. Weil leider das Handy immer seinen Bildschirm irgendwann ausmacht. Das ist echt blöd. So. So, die Heretiker gehen jetzt runter. Und wenn die weg sind, können wir endlich auch hier die Festung runterbauen. Weil wir haben so viel Geld verloren. Und da müssen wir wahrscheinlich das Darlehen verlängern. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, das abzubezahlen. Sehr, sehr ärgerlich. So. Dann können wir jetzt natürlich hier noch... Im Prinzip... Beide runter schicken nach Granada. Genau. Okay. So. Auch wenn das dann nur noch halb so wichtig, halb so schlimm ist. Autonomie verringert. Überall diese blöden, blöden Werte hier. Irrglaube. Auch wieder Unruhe plus zwei. Also, da haben wir aber auch wirklich doppelt und dreifach. Pech gehabt hier. Und auch unklug agiert mit dem Autonomie verringern und so weiter. Das wäre echt nicht gut. Du solltest hier erforschen. Erkunde die Küste. Aber er macht das nicht. Kann er das nicht? What? Ist er einfach unfähig, das zu tun? Ist die Schiffsreichweite zu schlecht? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich schreibe es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst, woran das liegt, dass man jetzt nichts mehr entdecken kann. Früher Karakabark. Steht jetzt auch nichts dabei, dass man hier irgendwo eine Reichweite hat. Wenn ich die bauen will, steht es wahrscheinlich auch nirgendwo drin. Handelseinfluss, Geschwindigkeit, Kanonen, Seeleute. Hm. Joach, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, liebe Leute. Also, wenn ihr da mehr zu wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Weil da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unwissend gerade, was da los ist. 109 Siedler in Kap Verde. Ja, das nimmt jetzt allmählich zu. Moldawien gibt uns keinen Zugang. Was auch immer wir mit Moldawien Zugang wollten. Vielleicht war das Österreich oder so. So. Haben sich denn jetzt mal hier die Heretiker bald erledigt? Ja, bald haben sie das. 10 Prozent. Okay, Schweden erbittet von uns Militärzugang. Eine Zusage wird ihren Armeenzugang zu unserem Gebiet gewähren. Sie sind im Krieg mit Moldawien, Litauen und Polen. Sie wollen also irgendwie hier rein. Ich weiß nicht. Polen ist natürlich Feind von Dänemark und Ungarn. Ungarn wiederum. Ja, das ist in unserem Interesse. Das werden wir mal machen. Weil wir hier Ungarn und Österreich natürlich jetzt hier als Verbündete indirekt haben. Und da wollen wir nicht, dass hier Polen und Litauen noch größer wird, wie es sowieso schon ist. Dementsprechend werden wir das mal akzeptieren. So. Okay, die Heretiker sind weg. Alles klar. Das heißt, hier unten werden wir jetzt ganz sicher unsere Festung einstellen in Granada. Die Besatzung. Hier unten haben wir es eh schon stillgelegt. Und auch die anderen haben wir stillgelegt. bis auf die hier unten, damit wir von Frankreich für die Gebiete eben nicht überrascht werden können. Alles klar. So. Ihr seht schon hier, Steuer, da hatten wir angefangen bei 0,18. Inzwischen sind wir schon bei 0,29. Für die eine Provinz. Das ist sehr lohnenswert. Gerade für die Seeprovinzen, glaube ich. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. So. Jetzt kann man hier zum Beispiel rechnen. Minus 10,4. Wenn wir das jetzt verringern. Unruhelokal plus 10. Das ist also relativ knapp, weil wir minus 10,4 aktuell haben. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob sich das lohnt. Wir bekommen natürlich mehr Einnahmen aus der Provinz. Haben nur noch minus 0,4 Unruhe. Und beim nächsten Event, das irgendwie Unruhe steigert, würden wir hier eventuell eine Armee wieder hinschicken müssen. Also, könnten wir aber eigentlich auch tun. Naja, auch dazu könnt ihr euch gerne mal in den Kommentaren äußern, ob ihr das hier machen würdet in den Provinzen. Also hier in Gante. Das ist wahrscheinlich Gent. Die haben jetzt auch alle spanische Namen. Das ist ja cool. Hier in Flandes, also Flandern, könnten wir das machen. Und überall da, wo flämische Kultur ist, müsste das jetzt eigentlich hinhauen. Und auch hier oben in Breda. Ne, in Breda nicht. Da haben wir nur minus 8,4. Aber in allen anderen könnten wir das tun. Ja, genau. Hier oben ist holländische Kultur. Also, den vier Kulturen hier kann man ja auch im Kultur-Dings anzeigen lassen. Da könnten wir das auf jeden Fall tun. Das hier gehört ja nicht zu uns. Das gehört zu Niederlanden. Unter. Unter. Was ist das? Lüttich. Ah, okay. Lüttich. Alles klar. Ja, aber das könnten wir tun. Schreibt mal rein, ob ihr das machen würdet an meiner Stelle. Da bin ich ja immer ein bisschen als Noob in dem Spiel oder als relativer Anfänger auch ein bisschen auf Input von außen teilweise sogar angewiesen. Ich würde es prinzipiell machen, weil wir kriegen erstmal direkt keine Unruhe rein aus den Provinzen und wir steigern die Einnahmen, was bei unserer Finanzsituation auch sehr wichtig wäre. Aber gut, das ist nur meine Meinung dazu. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Dann möchte ich euch gerne nochmal hinweisen auf die Umfrage, die aktuell noch läuft. Und zwar, wenn ihr diese Folge seht, die erscheint ja 13 Uhr am Montag. Und wenn ihr diese Folge dann gerade gesehen habt, dann könnt ihr noch bis heute Abend um 8 Uhr abstimmen für den neuen Charakter in unserem Crusader Kings 2 Let's Play, eine Reise durch das Mittelalter. Und da stehen diverse Herrscher zur Auswahl. Da habe ich auch ein extra Video zu gemacht, das ich mal hier jetzt in der Endcard auch verlinken werde. Und da könnt ihr nochmal genau schauen, welche Vorauswahl wir durch Zufall haben treffen lassen, nach bestimmten Hausregeln. Und dann könnt ihr dort für einen der fünf oder sogar für zwei der fünf Charaktere abstimmen. Ihr habt zwei Stimmen maximal. Und es würde mich freuen, wenn ihr daran auch spontan noch teilnehmt. Über 61 Leute haben das bisher getan. Also 61 Abstimmungen gab es. Das ist eine wirklich gute Quote, denke ich mal, für meinen kleinen Kanal. Das freut mich ungemein, dass ihr da so viel Interesse daran habt. Genauso wie an diesem Let's Play und an den weiteren auch. Sehr schön. Der Kanal entwickelt sich prächtig. Ich kann das immer nur wiederholen. Das ist wirklich eine schöne Zeit, dabei zuzugucken und das Ganze auch zu beeinflussen. Und ja, mit euch gemeinsam hier Spaß an den Let's Plays und an den Projekten zu haben. Das war es jetzt aber. Lange End-Up-Moderation. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen hoch. Und wir hören uns in der nächsten Staffel wieder. Denn das war die letzte Staffelaufnahme in EU4 mit Kastilien und Philippe I., unserem grausamen, strengen Herrscher, der hier alles in eiserner Hand hat, der seine Bürger oder seine Untertanen knechtet und hier wirklich keinerlei Aufstand duldet. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Tastenhauer. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.